drumherum ein riesen zaun in der mitte aufgestindert eine lage unter der hallei hammerteil ey ja wir sind gerade hier auf ein paar kollegen gestoßen und zwar hier den stayrised und auf wems die haben uns mal kurz mitgenommen zu deren base die jetzt hier doch recht groß ist bei golf 6 auf irgendeinem server den wir nicht nennen möchten und die haben ja doch jede menge gebaut für das aussieht das ist eine kleine stadt geworden würde ich sagen oder thomas was sagte das ist eine stadt ja das das meine ich auch als ein riesen ding den die beiden hier betrieben haben seid ihr zu zweit nur jetzt haben schon mehrere seid ihr zehn 15 leute ja genau genau ja gut je mehr leute desto ja ja und jede menge zombies am start das ist auch nicht verkehrt ja gut also wenn du schlecht bist du uns sagen dann in der stunde 100 baster das glaube ich fliegen sogar die zomis brauchen ein kill das ist eine endloss schleife das glaube ich das glaube ich auf jeden fall auf jeden fall sehr geil da zieht ein kollege auf uns so wie es aussieht da oben das ist schwede alter schwede oder was ja dann sauber danke dass ihr eure base gezeigt habt das das lade ich gleich mal hoch auf jeden fall jo kein ding heißt du auf steam auch oberfeld 78 jo ganz genau und auf youtube musste man nach let's play junkies gucken das let's mit z geschrieben alles klar gucke ich gleich mal da jo man okay danke erstmal euch und viel spaß noch wir hauen ab jo jo tschau komm lass uns hier lang laufen über den damm wo wir vorhin gekommen sind jo ok wart uns ein bisschen strecke w w w w w Vielen Dank.